In den nächsten Minuten geht es um das Thema Sparen. Welche Strategien dabei helfen und selbst undisziplinierte Personen zu sparen macht, sehen wir uns jetzt an. Ersparnisse zu automatisieren ist ein effektiver Weg, der die zum Sparen bringt, die Probleme haben oder vergessen, dass es wieder Zeit wäre, etwas beiseite zu legen. Am besten funktioniert das mit einfachen Daueraufträgen. Dabei ist es egal, ob auf ein täglich fälliges Online-Sparkonto überwiesen wird, zu einem Broker oder einfach nur auf ein Sparbuch. Dadurch, dass es nicht notwendig ist, selbst aktiv zu werden, stellt sich die Frage erst gar nicht, ob man es denn tun will oder Zeit dafür hat. In beliebigen Zeitabständen wird das Geld einfach automatisch vom Girokonto abgebucht. So scheidet es aus der leichten Verfügbarkeit aus und steht für später zur Verfügung. Das ist einer der einfachsten, aber auch effektivsten Wege, um regelmäßig Geld beiseite zu legen. Ein anderer Weg ist es, Ausgaben zu vermeiden. Je genauer die Aufzeichnungen geführt werden, umso einfacher sind verschwenderische Ausgaben zu identifizieren. Es könnte zum Beispiel auf unnötige Abonnements, Essensbestellungen bei Lieferdiensten oder auf Spontankäufe verzichtet werden. Wer nicht genau weiß, wie er damit anfangen soll, sieht sich einfach dieses Video hier rechts oben an. Auch kleine Ausgaben summieren sich mit der Zeit zusammen und können am Monatsende dann eine ordentliche Summe ausmachen. Es lohnt sich daher, sich immer wieder zu fragen, brauche ich das denn wirklich? Es geht aber auch ohne ganz auf Ausgaben oder auf gewisse Dinge zu verzichten. Ein erster Schritt wäre tatsächlich schon einfach nur auf teure Produkte oder Dienstleistungen zu verzichten und sie durch eine günstigere Alternative zu ersetzen. Indem Preise verglichen und Angebote genutzt werden oder auch zu Gutscheinen gegriffen wird, lassen sich erhebliche Einsparungen erzielen. Die Möglichkeiten sind hier äußerst vielfältig und bieten auch Raum für die eigene Kreativität. Im Laufe der Zeit summieren sich auch diese kleinen Einsparungen und es können sich große Summen daraus ergeben. Jedes einzelne Mal, wenn eine kostengünstigere Option gewählt wird, kommt man seinem Sparziel einen Schritt näher. Eine kurze Bitte in eigener Sache. Nachdem du das Video bisher gesehen hast, scheint es dich zu interessieren und dir gefällt der Inhalt. Bitte zeige das durch ein Like und auch durch ein Abo. Vielen Dank. Den eigenen Fortschritt des Sparens zu tracken ist etwas, das viele motiviert und ihnen gleichzeitig das Gefühl der Zufriedenheit gibt. Zu sehen, wie das eigene Geld mehr wird und sich stetig vermehrt, kann tatsächlich Spaß machen und helfen weiterhin zu sparen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Sparvorschritt zu erfassen und auch zu visualisieren. Dabei ist es egal, ob mit Hilfe von Excel-Tabellen und Diagrammen gearbeitet wird oder einfach nur ganz simpel Beiträge auf einem Blatt Papier zusammengezählt werden. Es hilft den Überblick zu behalten und wenn das gesparte Geld visualisiert wird, ist der Sparerfolg für viele greifbarer und schafft auch mehr Kontrolle über das eigene Geld. Dann gibt es noch das Bezahle-Dich-zuerst-Selbst-Prinzip. Nach dieser Vorgehensweise wird die eigene Sparrate wie eine Rechnung behandelt, die bezahlt werden muss. Es wird also gespart und dann kann das verbliebene Geld für Ausgaben verwendet werden. Wird diese Vorgehensweise verinnerlicht, entsteht das Gefühl, sparen zu müssen und gar nicht anders erst zu können. Das kann ebenfalls sehr hilfreich dabei sein, die Regelmäßigkeit einzuhalten. Effektives Sparen erfordert etwas Disziplin und bewusste Entscheidungen dafür. Mit den vorher genannten Punkten lässt sich auf jeden Fall Geld ansparen und den eigenen Sparplan leichter treu bleiben. Kein Betrag ist dafür zu klein und jeder Euro wird sich später auszahlen. Ebenso ist es nie zu früh und auch nie zu spät, damit anzufangen. So lässt sich ein solides Fundament für die Zukunft errichten. Der richtige Zeitpunkt, um mit dem Sparen anzufangen, ist daher nicht irgendwann oder morgen, sondern genau jetzt.